So, da sind wir wieder in einer weiteren Runde von Dunkelkunk 64. Ich wollte jetzt mal mit dem Rest hier durchschlamenzeln. Ich habe gerade überlegt, das so zu machen, aber die schönen Analyse will doch jeder sehen. Deswegen lasse ich die schönen jetzt laufen. Können wir natürlich das Puzzle, was wir zusammen kriegen. Weil da müsste man alle durchgehen. Einmal einsammeln und beim letzten Level oder beim ersten dann alle abgeben. Einmal das ganze Puzzle füllen. Er hatte noch eine. Welches hat er denn bekommen? Ich möchte gerne sehen. Das vierte, okay. Die anderen beiden fehlen noch. Die kriegen wir aber auch noch irgendwie zusammen. Da findet sich schon was. Diddy Boy. Jetzt müssen wir gleich mit Chunky können wir weitermachen. Ja, zwei Stück. Ich habe schon 70 Stück. Das ist wirklich geil. Komm, die nächste Banane. Mh, Bom, 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 Bom. 69. Das Ying und Yang der Zahlen. Natürlich. Da haben wir auch schon, okay. Blau fehlt uns mehr. Ne? Donkey Kong, haben wir da noch welche? Ich weiß gar nicht. Da hätten wir vorhin geklatscht in Donkey Kongs Farbe. Aber wir können einmal vom 4-Level haben. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt so viele braucht. So. Unwissenzeit. Donkey Kong. Zip. 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 Zipzig Stück. Danke, Joe. Du bist ja auch so Todd Cookie. Das ist ein dritter und aus dem letzten Westernen auf��는en Level hier. Da haben wir noch chunkee, dem natürlich alle fehlen, aber den will ich auch aus, weil ich mit dem noch优 ripensverted Banane möchte. Nach unserem Trainer Antignon Dem, ich kenne mich dann gleich die sch Wyatt ist Irgendwann bangETan- Alles gut mit ihm. Er hat auf jeden Fall seine erste Banane geverdient. Mit. Ach, das ist das dritte Level, okay. Ah, okay, okay, okay. Aber es ist die Maschine. Ja, wo die ganze Zeit die Krokodile dranhängen und am Arbeiten waren. Ah, ja. Geh weg. Hihihihi. Da haben wir unsere Bananen. Ah, ne, wir können da oben hin, da sind auch noch Bananen. Tag und Backfing nicht. Hier, warte, ja. Und, so. Ah, so. Wie sich das anhört. Geiler Sound. Oh, ich kann doch in den einen Raum noch gehen. Das müsste doch hier, man müsste da auch irgendwo sein, oder nicht? Jetzt kommen die beiden wieder hier. Oha. Kannst du mich doch klatschen. War das nicht da? Ja, ja, klar. Das ist halt auch in die Richtung, wo wir da wieder ins Level geportet worden sind. Ja, genau. Sagt euch, ich treffe mal. Egal, wie viel Schuss ich verbrauche. Öp. Richtige Kurs nehmen. Und einmal nach unten alles einsammeln. Na, na, bis. Boah. Da, Kammerbilder. Ich bin nur durch. Uah. Kann ich denen noch so eine Faust geben? Auah. Ich will dir noch eine Faust geben. Herzhafte. Ja. Oh, die hat sogar gesessen. Ah, danke schön. Ach, hier, jetzt sind wir wieder hier. Stimmt ja. Gucken, das war auch alles irgendwie. Nein, nein, nicht hauen. Sagt ihr, nicht hauen. Da hatten wir nicht oben eine Nummer? War das nicht zwei oder so? Dann mache ich jeden mal hier drauf. Ah, die ist die. Ich bin jetzt gerade am grübeln. Wo kommen wir denn jetzt zwei raus? Kommen wir damit in diesen RD-Raum raus? Scheint so, ne? Ah, das ist der RD-Raum. Ja. Wo ich hin wollte. Na, die... So. Dann, ne? Der ist auch noch so wenig Bananen. Natürlich wird die ausbessern, dass er ein paar Bananen mehr bekommt. War das denn? Ja,opol. Ja,au. Du, 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 du. Du, 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 du. Du. das ist das große kann man hier das wird gleich so mit abgehen okay wir müssen uns merken gelb blau gelb blau gelb okay gelb blau gelb blau gelb lila gelb blau gelb gelb blau gelb lila okay mitgemacht gelb lila grün gelb blau gelb lila grün ich weiß nicht wie viele töne wir machen müssen jetzt war gelb grün aber aber gelb blau gelb lila grün gelb rot kann ich merken ok bestimmt alle töter mal durch konzentration und rot eine balle passt ganz genau fast zum folgenden ich liebe es aber wir haben noch so natürlichen deswegen würde ich sagen mit lenke hat so gut aufgehört deswegen machen wir beim nächsten mal mit lenke weiter und wird sagen hoffen hat durch die folge gefallen wir sehen uns beim nächsten mal mit donkey kong 64 auf der stadt und tschüss